Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow. Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das bleibt in dem Raum, Keiter, Jöter, Krebs, und Puckdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Wer schickt sie? Das hier Spaden sind mein Befehl zu widersetzen! Oh, weit ist das einfach, Gettel! Der Militär hat mich verlogen! Jeder hat mich verlogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nicht zweiter als ein Haufen niederprestiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblieben... Nichts als Feiglinge, Verräter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch ein Geschmacks des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie hinzugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militär-Möller-Aktion im Loppehiedert! Es hat mich jeden nur als witzigen Widerstand in den Weg gelegt! Ich hatte gut daran getan, um jahrelang alle Höheroffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganze Raupe erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden!